Heute, Leute, werde ich euch auf jeden Fall sagen, wann der alte Modus Takedown wieder ins Game kommen wird, Leute. Meine Theorie ist es, dass der alte Modus Takedown entweder an die... kommen wird oder an einen... also das wird an... Jo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich euch auf jeden Fall sagen, wann der alte Modus Takedown wieder ins Game kommen wird, Leute. Und erstmal, Leute, das Ganze ist nur eine Theorie. Es muss nicht alles stimmen, aber es wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice, wenn es stimmen würde. Und auf jeden Fall, Leute, braucht ihr bitte ein Video beginnen. Lasst gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, denn, Leute, wir haben einfach fast die 1000 Abonnenten. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank an jeden, der mich auf jeden Fall abonniert hat. Und, Leute, ich würde sagen, wir haben gar nicht so lange rum und wir beginnen auf jeden Fall dann mal direkt mit der Theorie, Freunde. Und zwar, Leute, wann kommt der alte Modus Takedown wieder? Das ist die Frage, die sich viele stellen, denn, Leute, wie ihr wisst, ist letzten... also am letzten Samstag kein Takedown oder Starcoms oder wie auch immer gekommen. Wann kommt jetzt der alte Modus Takedown wieder? Und, Leute, auf jeden Fall, meine Theorie ist es, dass der alte Modus Takedown entweder an diesem Freitag, also morgen, kommen wird oder an einem Samstag. Also das wird am Wochenende höchstwahrscheinlich kommen, Leute. Warum denke ich das? Denn Supercell hat vor zwei Wochen Starcom wieder ins Game gebracht, also für zwei Tage, das ganze Wochenende lang. Und sie meinten ja, dass auch Takedown natürlich auch kommen wird. Und es könnte halt sein, dass sie jede zweite Woche entweder Takedown oder Starcom wieder ins Game reinbringen. Ich weiß nicht, warum, aber es könnte wirklich sein, Leute. Ich habe halt wirklich so ein Gefühl, deswegen sage ich auf jeden Fall, dass der alte Modus Takedown an einem Freitag oder Samstag kommen wird. Also an diesem Freitag oder Samstag auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall meine Theorie, Freunde. Deswegen, ich sage auf jeden Fall mal, dass der alte Modus Takedown auf jeden Fall am Samstag einfach mal kommt, würde ich sagen. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, Leute. Aber wie gesagt, es ist meine Theorie, weil Supercell hat vor zwei Wochen auf jeden Fall, wie soll ich sagen, Starcom wieder ins Game gebracht. Und vielleicht machen die dieses Wochenende auf jeden Fall Takedown wieder ins Game. Das war auf jeden Fall richtig, richtig nice für alle Leute, die ihr Bowl pushen wollen oder wir auch immer generell Brawler. Auf jeden Fall, Leute, kleiner Tipp auf jeden Fall. Ihr könnt auf jeden Fall, glaube ich, im Takedown auf jeden Fall richtig gut Bowl pushen. Und auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, meine Theorie ist es auf jeden Fall, dass der alte Modus Takedown am Samstag kommt, Leute. Auf jeden Fall sonst würde ich sagen, das war es eigentlich mit der kleinen Theorie. Und Leute, ist... Und Leute, auf jeden Fall, ihr müsst mich nicht haten. Ich weiß, meine Theorien, die sind nicht die besten, aber ich probiere euch auf jeden Fall auch ein bisschen zu unterhalten. Und euch vielleicht neue Infos zu geben, die vielleicht wirklich stimmen könnten. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, bitte hatet mich nicht. Ich probiere euch nur ein bisschen zu unterhalten und euch ein paar Infos vielleicht zu geben, die wirklich stimmen könnten. Weil im letzten Video, wo ich gesagt habe, wann kommt vielleicht der neue Brawler Squeak, wo habe ich halt ein bisschen Hate bekommen, dass sogar die YouTube-Kommentare von YouTube deaktiviert wurden. Aber auf jeden Fall, ja, Leute, wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ja, lasst gerne ein leichter abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.